Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Jogis Technik Ecke. Danke, dass ihr heute mal wieder dabei seid, denn heute ist ein sehr großer Tag für mich. Heute werde ich endlich mal ein bisschen professioneller hier und bin hoffentlich gleich endlich in der Lage, mein Mikrofon, wenn ich euch zumindest Videos am PC aufnehme, ordentlich zu befestigen. Das tue ich nämlich bisher nicht wirklich. Ich zeige euch das mal gerade hier, wie amateurhaft das bisher in der Regel bei mir abläuft mit irgendwelchen Pappboxen oder ähnlichen provisorischen Vorrichtungen. Das macht nicht wirklich Spaß. Deshalb habe ich mir hier den Mikrofonständer, den Heavy Duty Studio Recording Mikrofonständer von Fox Novo besorgt in einer ganz interessant designten Verpackung hier. Auf der Unterseite sehen wir zum Beispiel einiges an Zubehör, welches offensichtlich von Fox Novo noch angeboten wird. Da wären zum Beispiel verschiedenartige Pop-Schutze auf der rechten Seite oder Schütze. Nein, Schutze. Korrigiert mich, wenn ich da grammatikalisch falsch liege. Dann noch diverse Befestigungsoptionen für unser Mikrofon, welches in meinem Fall übrigens ein sehr dickes, großes und schweres Snowball-Eis von Blue sein wird, bei dem ich ganz einfach mal hoffe, dass es hier reinpasst und von diesem Haltearm auch sicher in Position gehalten wird. Das habe ich nämlich in der Praxis vorher überhaupt noch gar nicht ausprobieren können. Hier auf jeden Fall erstmal grundlegende Installationsanleitungen, wie das Festschrauben dieser Klemme zum Beispiel an unserer Tischplatte natürlich. Dann das Einsetzen dieser Federn, die die Spannung und die Haltekraft des Gelenkarmes erst ermöglichen. Dann Aufsetzen von eventuellem Zubehör, wie zum Beispiel dieser Anti-Vibrations- oder Anti-Schock-Befestigung. Wir schauen da mal rein. Ich habe selbst überhaupt noch gar nicht reingeschaut. Das ist nicht, wie so häufig, ein präpariertes Unboxing, sondern tatsächlich ein Original-Unboxing, bei dem ich auch hoffentlich mein Kamerastativ hier nicht direkt umhaue. Dann zeige ich euch nämlich im nächsten Review direkt ein neues Kamerastativ. Das brauche ich eigentlich nicht. So, was haben wir denn hier? Das ist, erstmal fangen wir mit dem uninteressantesten oder dem kleinsten zumindest an, ist die Befestigung für ein Standard-Mikrofon, wie zum Beispiel auch ein Kondensator-Mikrofon von Tonor, welches ich euch vor einiger Zeit mal auf meinem Kanal vorgestellt habe. Hier natürlich mit Gelenkarm, hier die leicht dehnbare Halterung natürlich für die Mikrofonkörper, wo ich wie gesagt hoffe, dass da mein Snowball-Eis von Blue reinpasst, welches zugegebenermaßen wie gesagt sehr dick ist. Hier unten ein Schraubaufsatz, der wird wahrscheinlich hier gleich irgendwo am Arm befestigt. Den schauen wir uns natürlich gleich an. Erstmal haben wir hier die Klemme bzw. die Zwinge, die Schraubzwinge für die Befestigung des Ganzen an unserer Tischplatte. So sieht dieses gute Stück aus. Hier haben wir eine einfache Vorrichtung, um das Ganze loszuschrauben oder auch festzuschrauben. Ich löse das Ganze mal. Da fällt auf, dass dieser Teller hier ein bisschen eierig gerade war, hier an einigen Stellen. Aber ich denke mal, das sollte verkraftbar sein. Allerdings sehe ich gerade, dass auf dem Teller selber kein Schutz mehr drauf ist. Da muss man gucken, dass man da nicht Teile seines Tisches oder Teile des Mikrofons verkratzt. Das werden wir uns gleich mal in der Praxis anschauen. Zumindest ist aber auf der einen Unterseite hier ein gelbes Schutzpad angebracht. Das ist offensichtlich fest aufgeklebt. Oder kommt das raus? Ne, reingesteckt ist es. Die ganze Apparatur ist aus Metall oder aus Gussmaterial irgendwie. Das ist auf jeden Fall kühl. Und was ist das hier für eine Stellschraube? Lösen wir die mal gerade, um zu sehen, was passiert. Nein, das ist natürlich keine Stellschraube, sondern das ist die Befestigungsschraube für den Mikrofonarm. Hier wird der gleich höchstwahrscheinlich dran aufgesetzt. Den werden wir uns jetzt natürlich mal anschauen. In matt-schwarzer Optik. Naja, fast matt-schwarz. So ein Zwischenstück zwischen Hochglanz und matt. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Die Federn sind offensichtlich schon voreingesetzt. Das war ja hier gerade auf der Verpackung kurz beschrieben. Hatte ich euch ja gezeigt, das Einsetzen der Federn. Und ja, hier haben wir offensichtlich das Schraubgewinde, die Befestigung für diesen Mikrofonteil. Das sieht man hier sehr nach dem gleichen Schraubgewinde aus. Schauen wir uns das an. Ganz genau, geht fast problemlos drauf. Das liegt mehr daran, dass ich das hier von zwei Seiten mache. So, probiere ich das nochmal hier mit richtiger Handposition. Dann geht es nämlich auch völlig problemlos auf jeden Fall drauf. Das lässt sich dann hier noch komplett feststellen mit dem unteren Rad, sodass es wirklich bombenfest ist. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Hier würde ich problemlos gegenschlagen bzw. gegenkommen während der Arbeit, ohne dass das Mikrofon verrutscht. Dann haben wir hier, Achtung, den Gelenkarm mit den, wie gesagt, vormontierten Federn. Und hier, genau wie übrigens hier oben am Mikrofonende, einigen Verstellrädchen, mit denen wir die jeweiligen Gelenkteile lösen können, um sie natürlich in der Position im Winkel zu verstellen und anschließend wieder festzustellen. Das gleiche hier, damit wir dieses Gelenk hier bequem bewegen können. Hier ganz unten dann das, ja, zugegebenermaßen für das Gewicht des restlichen Armes sehr dünn designte Standrohr, wie ich finde. Das wird dann, schauen wir mal, genau, das ist die Oberseite hier. Das wird dann hier oben reingestellt, während die Zwinge die ganze Konstruktion, wie gesagt, an unserer Tischplatte hält. Hier sind jetzt mal meine beiden meistverwendeten Mikrofone, die ich mit diesem Mikrofonarm hier nutzen möchte. Und zwar hier auf der rechten Seite das Snowball Ice von Blue und auf der linken Seite ein ganz normales Kondensatormikrofon von Tonur, welches von der Bauart her, wie ihr schon sehen könnt, ja, sich selbst erklärend hier befestigen lässt. Das wird ganz einfach zum Beispiel von dieser Seite hier mit ein bisschen Druck am Anfang, da das hier noch sehr stramm ist, reingeschoben. Und ja, hält dann wunderbar. Das Kabel würden wir natürlich nach hinten über den Mikrofonarm laufend verlegen. Für diese Mikrofonbauart braucht ihr hier oben an dem Arm nichts zu ändern. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel dieses Snowball Ice hier von Blue habt oder ein anderes Mikrofon mit einer anderen Bauart, dann seht ihr schon, das wird nicht wirklich in dieser Halterung hier halten, brauche ich euch gar nicht großartig zeigen. Das ist vergebens, das hält nicht. Was aber interessant ist, schauen uns erstmal diese Sache am Mikrofonarm an, ist, dass wir ja diese Mikrofonhalterung hier oben abschrauben können. Das zeige ich euch ja schon. Dann kommt dieser Schraubsockel wieder zum Vorschein. Und wenn wir uns dann nochmal das Snowball Ice Mikrofon genau anschauen, welches ja hier unten ein kleines Stativ hat, das können wir nämlich rausdrehen und dann, Überraschung, kommt tatsächlich dieses Gewindedurchmesser hier wieder zum Vorschein, nämlich ganz genau hier. Dort kann ich mir jetzt den Mikrofonarm wieder hernehmen. Das ist immer, ja, ein bisschen sperrig hier. So, den nehme ich mir her. Na, falsches Loch, dieses und ihr könnt es schon sehen, das ist passgenau. Hiermit kann ich jetzt zum Beispiel Mikrofone dieser Art auch wunderbar aufschrauben, was nicht ganz so schön ist. Das könnt ihr hier schon auf der rechten Seite am Mikrofonarm sehen, am Gewinde, dass sich dieses, weil es aus Kunststoff ist, ein bisschen auflöst, beziehungsweise zumindest von so einem Metallgegenstück wie dem Snowball Ice hier offensichtlich ein bisschen zerfressen wird. Da würde ich jetzt sagen, wenn wir das hier 10 bis 20 Mal drauf und wieder abgeschraubt haben, ist wahrscheinlich das Gewinde hier hinüber. Ich weiß nicht, ob es so ein Ersatzteil gibt. Was ich euch auch noch eben zeigen möchte, ist, dass wir hier wirklich überall Möglichkeiten haben, die Dinge nachzuspannen und nachzustellen. Natürlich nicht nur im Alltagsgebrauch mit diesen Stellschrauben hier, sondern zum Beispiel auch hier, wenn sich hier mal irgendwas gelöst hat, dann können wir das hier mit einem einfachen Kreuzschlitzschraubenzieher wieder festziehen. Da ist also nichts nur irgendwie mit irgendwelchen Klammern gehalten, sondern lässt sich hier in der Tat mit entsprechendem Werkzeug wieder nachziehen. Falls das mal irgendwann, gerade wie gesagt, durch solche schwergewichtigen Mikrofone hier ein bisschen ausgeleiert sein sollte. Ich musste jetzt gerade hier mal eine Zange zur Hilfe nehmen, da dieses Gewinde aus irgendeinem Grund so fürchterlich fest hier oben drauf verschraubt war. Das wollte ich nämlich nochmal eben runternehmen, um euch zu zeigen, dass sich hier drunter tatsächlich ein ganz normales Kamerastativgewinde nochmal befestigt. Also wir haben hier genau genommen drei Möglichkeiten der Befestigung. Einmal hier mit der standardmäßig montierten Befestigung die Anbringung von klassischen Kondensatormikrofonen zum Beispiel. Dann durch die Nutzung dieses Schraubadapters hier die Nutzung von Mikrofonen mit einem solchen Gewindeadapter hier. Und aber auch die Anbringung von sämtlichen Geräten, die ein ganz normales Kamerastativ nutzen. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. So könnte ich den Mikrofonarm hier im Grunde genommen zweckentfremden und auch als Kamerastativ am Tisch befestigt missbrauchen. Aber ich denke mal, den meisten von euch geht es um die Nutzung als Mikrofonarm. Deshalb baue ich jetzt mal mein Snowball-Eismikrofon wieder hier oben dran und nehme euch dann mit zu meinem Schreibtisch zum endgültigen Standort, wo wir das Ganze jetzt mal zusammen an einer Tischkante montieren gehen. Kommt mit! Da sind wir an meinem Schreibtisch und hier sitze ich für gewöhnlich und nehme euch, wie ich euch das Eingang schon einblendete, sehr amateurhaft auf einem Pappkasten meiner Videos auf. Und ja, das möchte ich jetzt ändern, indem ich an diese äußere Tischkante hier meinen Mikrofonarm montiere. Der liegt hier samt Snowball-Eismikrofon. Was wir jetzt zuallererst mal tun, ist natürlich uns diese Tischhalterung hier vorzunehmen. Dazu habe ich meine Kamera jetzt mal eben hier auf dem Stativ befestigt, damit ich beide Hände frei habe. Die brauche ich nämlich, um das hier ein bisschen festzuhalten und dann hier unten mit übrigens diesem sehr hilfreichen Stift hier festzudrehen. Der ist zwar sehr hilfreich, kann aber jetzt auch nicht mehr entfernt werden leider. Der bleibt dauerhaft hier drin stehen, deshalb solltet ihr aufpassen, dass der nicht zum Beispiel nach außen hier raus steht. Das wäre kontraproduktiv. Da könnte man sich vielleicht irgendwelche Kleidung oder sonst was dran beschädigen. So zeigt er unter den Schreibtisch, das Ding hier sitzt bombenfest. Bevor es jetzt zu sonnig hier drin wird und ihr gleich gar nichts mehr seht, würde ich sagen, nehmen wir uns ganz einfach den Mikrofonarm her und positionieren den, wie gesagt, mit diesem Stift ganz einfach hier in dieser Öffnung. Wenn ich sie dann treffe, ganz genau so runterlassen. Und ja, wie ihr sehen könnt, war es das im Grunde genommen schon. Der Mikrofonarm ist in Position. Den können wir uns jetzt natürlich hier so hinbewegen, wie wir das brauchen. Anschließend, ihr könnt es schon sehen, ich kann ihn jetzt noch völlig frei nach links und rechts drehen. Anschließend, wenn wir unsere Position gefunden haben, sollten wir hier unten diese Stellschraube stramm ziehen, damit der Arm eben nicht mehr ungewollt hin und her schwenken kann. Könnt ihr sehen, der steht jetzt hier einigermaßen fest auf jeden Fall. Und zusätzlich können wir natürlich auch, nachdem wir hier unseren Winkel eingestellt haben und natürlich auch hier vorn unseren Mikrofonwinkel eingestellt haben, die entsprechenden Stellschrauben hier anziehen, damit das Ganze auch in Position bleibt. Wie ihr sehen könnt, scheint der Mikrofonarm zumindest jetzt hier im Neuzustand keine Probleme zu haben, auch so ein schwergewichtiges Mikrofon wie das Snowball Ice von Blue zu tragen. Da habe ich in einigen Rezensionen und Bewertungen gelesen, dass sich die Gelenke nach einiger Zeit hier ausleiern. Da muss man dann schauen, inwiefern man die unter Umständen nachstellen kann mit den hier angebrachten Kreuzschlitzschrauben, wie ich euch das ja gerade zeigte. Im Ersteindruck hier macht das aber auf jeden Fall ein sehr gutes und stabiles Bild. Wie gesagt, das Snowball Ice Mikrofon von Blue, das ist ein ziemliches Gewicht. Das sind normale Kondensatormikrofone wie dieses hier. Eher leichtgewichtig gegen, damit sollte man überhaupt gar keine Probleme haben, diese stabil und auch dauerhaft stabil an dem Arm hier zu befestigen. Wie gesagt, mit dieser Standardbefestigung hier, die möchte ich jetzt nicht nochmal hier zu Demozwecken aufschrauben. Da das Kunststoffgewinde darunter hier, wie gesagt, darunter sehr leidet. Das habt ihr ja gesehen. Ansonsten kann ich nichts Schlechtes über den Mikrofonarm sagen. Der wird mir jetzt hier hoffentlich einige gute Dienste leisten und ich brauche mein Mikrofon nicht mehr so amateurhaft auf irgendwelchen Pappkisten aufstellen. Für das richtige Profigefühl fehlt natürlich noch das gewisse Extra. Ihr habt es schon geahnt, einen Popschutz, den habe ich hier von Crenova. Den zeige ich euch aber nicht in diesem Video. Dafür müsst ihr das entsprechende Review anklicken, was ich aber bequemerweise für euch hier an dieser Stelle oder unten irgendwo in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt habe. Den werde ich jetzt hier dran anklicken und entsprechend noch in Position bringen. Mehr kann ich euch denke ich mal nicht erzählen zu dem Mikrofonständer oder Mikrofonarm von Fox Novo. Ich werde den jetzt noch ein bisschen hier individuell auf meine Sitzposition und meine Bedürfnisse anpassen. Das Mikrofon werde ich natürlich auch noch verkabeln und das USB-Kabel in dem Fall sauber nach hinten irgendwie ein bisschen rauslegen. Das blende ich euch nochmal kurz ein hier, wie ich das gelöst habe. Und ansonsten verbleibe ich auf jeden Fall mit einer Empfehlung für alle, die ihr Mikrofon nicht auf Pappkästen aufstellen wollen. Ich bin raus, bedanke mich wie immer bei euch für die Zeit, die ihr euch für dieses kleine Review genommen habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Wenn euch das weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.